hallo schön dass ihr heute wieder mit dabei seid wir haben heute die Lisa bei uns im laden und ja es ist ein Dauerwelle Video aber ein ganz besonderes weil wie man sieht hat die Lisa ganz lange Haare das sind jetzt die längsten die wir dauerwellen in dem Video und die Problematik bei Lisas Haaren ist sie hat eine total schöne Naturwelle aber wie man sieht hier gibt es stellenweise einfach komplett glatt und das möchten wir heute ändern und das zeigen wir euch heute auch so 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 Untertitelung. BR 2018 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 Wir sind jetzt fertig mit der kompletten Sauerwelle und vorhin in dem Video hat sich die Lisa schon im nassen Zustand gesehen. Aber jetzt im Gefängnis natürlich nochmal eine Nummer drauf. Man sieht wirklich nicht den Unterschied. Wo ist Natur, wo ist die Dauerwelle? Ihr wisst das natürlich, weil ihr das Video von Anfang an angeguckt habt. Aber sonst, seid doch mal ehrlich, man sieht es nicht. Ich gebe der Lisa jetzt den Spiegel, damit sie sich selbst natürlich auch mal sieht. Und was sagst du? Wahnsinn. Sehr gut. Sehr, sehr schön gut. Ja. Wir haben jetzt eben die Problematik wegbekommen, dass hier alles glatt ist. Es ist einfach überall Locke da. Superschön. Freut mich. Sehr schön. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst doch mal in den Kommentaren da, ob ihr erkannt hättet, ob es Natur ist oder nicht. Ob ihr den Unterschied sieht. Und natürlich den Channel abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr wieder im nächsten Video zuschaut. Bis dahin. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018